schönen guten morgen ihr landratten herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich hoffe euch geht es weit gut ich wundere mich gerade warum wir immer noch kein update bekommen haben wie sagt in der lobby steht es oben rechts immer noch getan hat sich aber irgendwie nicht wirklich was wir gehen trotzdem mal kurz im shop rein ich habe extra bisschen später heute angefangen den shop zu präsentieren irgendwie hat sich nichts getan magensensier wurde ausgetauscht die vögel sind wir zurück schon rick carrots carabine hier ist alles beim alten rihanna grande schemzons ausrüstung hier ist alles beim alten geblieben also wie gesagt ich weiß nicht warum es kein update gibt sind gespannt wer kommt es noch vielleicht war es gestern auch keine ahnung weil die lobby wurde ja gestern erst aktualisiert der lobby screen wir sind gespannt dann bis zum nächsten mal danke fürs einschalten das war's erstmal liken abonnieren nicht vergessen ansonsten das schlusserklärer mit impact 82 das war's ich bin raus